Harald Junke, bürgerlich Harry Heinz Herbert Junke, war ein deutscher Schauspieler, Entertainer, Synchronsprecher und Sänger. Karriere Harald Junke wurde in der städtischen Frauenklinik Charlottenburg als Sohn eines Polizeibeamten geboren, seine Mutter stammte aus einer Bäckerfamilie. Er wuchs in einer Mietskaserne im damaligen Arbeiterbezirk Wedding in Berlin auf. 1948 verließ er die Schule, um Schauspieler zu werden. Bühnenschauspieler Nach dreieinhalb Monaten Schauspielunterricht bei Marlies Ludwig trat er am 9. November 1948 in Berlin erstmals auf einer Bühne auf. Im Haus der Kultur der Sowjetunion spielte er in dem Revolutionsstück Lyubo Yarowaya einen russischen Offizier. Bei dem damals noch umherziehenden Ensemble Die Vaganten spielte er unter anderem in dem christlichen Stück Ihr werdet sein wie Gott. 1950 engagierte ihn das Theater Neustrelitz, dann die Freie Volksbühne Berlin. Als freischaffender Schauspieler spielte Junke an zahlreichen Bühnen und häufig auf Tourneen. Er bevorzugte Boulevardstücke, wo er anfangs meist in Liebhaberrollen zu sehen war und später in Charakterrollen. 1987 wurde er fest ans Berliner Renaissance-Theater engagiert. Eine seiner Paraderollen war Achir Reis in John Osborne ist der Entertainer. Er spielte auch die Titelrollen in Tartüff, in Der Geizige und in Der Hauptmann von Köpenick, James Tyron in Eines langen Tages Reise in die Nacht und den Blinden in Peter Turinis Altenglühen. Filmschauspieler In den 1950er und 1960er Jahren wurde er als Filmschauspieler bekannt. Man engagierte ihn als jugendlichen Liebhaber oder als lustigen Berliner. Er selbst maß diesen Filmen keine allzu große Bedeutung bei. Wenn das Telefon klingelte und irgendeine halbseidene Figur bot mir eine Filmrolle an, interessierten mich in den 50er Jahren nur drei Fragen. Wie hoch ist die Gage für den Quatsch? Wie hübsch sind meine Partnerinnen? Wo wird der Heuler heruntergespult? Wie sonnig ist es dort? Harald Junke populär wurde Junke durch das Fernsehen in den 1970er Jahren als Entertainer und Seriendarsteller. Die 1990er Jahre brachten für ihn dann ein Comeback als Filmschauspieler. In den Filmen Stonk, Der Papagei und Der Hauptmann von Köpenick erwarb er sich bei Kritikern großes Lob als Charakterdarsteller. 1995 spielte er die Hauptrolle in dem Film Der Trinker nach Hans Fallada, in dem er auch die Erfahrungen mit seiner eigenen Alkoholerkrankung verarbeitet. Synchronsprecher zwischen 1952 und 1994 war Junke in der Synchronisation tätig. So sprach er Z. B., Marlon Brando, Charles Bronson, Peter Falk, Peter Sellers, Robert Wagner, Woody Allen und Stacy Keatsch. Für einige Disney-Filme übernahm Junke die deutsche Synchronisation, unter anderem die Stimme des Fuchses Ehrlicher John in der zweiten Synchronfassung von Pinocchio. In dem Film Charlie – Alle Hunde kommen in den Himmel von Don Bluth war er als die deutsche Stimme des Schäferhundes Charlie B. Barkin zu hören. In beiden Filmen kam auch sein Gesangstalent zum Einsatz. Fernsehstar Ab 1977 trat er verstärkt im Fernsehen auf. Zunächst mit Grit Böttcher in der ZDF-Serie Ein verrücktes Paar, dann moderierte er ab 1979 als Nachfolger des verstorbenen Peter Frankenfeld im ZDF Die Showmusik ist Trumpf und erreichte damit bis zu 30 Millionen Zuschauer. Junkes Alkoholprobleme führten Ende 1981 zur Einstellung der Sendereihe. Ab 1985 übernahm er die Rolle des Trödelhändlers Ottmar Kinkel in der seit 1977 laufenden Fernsehvorabendserie Drei Damen vom Grill. Von 1987 bis 1989 spielte er mit Eddie Arendt in der Sketch-Serie Harald und Eddie. Er war der erste Gast in der Harald-Schmidt-Show. Sänger als Showmaster eiferte er in Smoking und Lackschuhen seinem Vorbild Frank Sinatra nach. Zu seinen Songs zählte eine deutsche Version von Sinatras Hit My Way, die er ebenso wie die Lieder Berlin, Berlin, Barfuß oder Lackschu mehrmals in unterschiedlichen Versionen und Arrangements einspielte. Engagement Junke war 1999 zusammen mit Walter Plate und Günter Pfitzmann Mitbegründer des Zille-Museums in Berlin. Privatleben Familie Junke war in erster Ehe seit 1952 mit der Schauspielerin und Tänzerin Sibyl Werden verheiratet. Aus dieser Ehe stammen zwei Kinder, Tochter Barbara und Sohn Peer, der als Orthopäde in München arbeitet. Die Ehe wurde 1962 geschieden. Von 1963 bis 1971 war er mit Chariklia Baxevan ausliiert. Am 8. April 1971 heiratete Junke die Schauspielerin Susanne Hsiao in Berlin-Schmagendorf. Sie ist die Tochter eines chinesischen Gastronomen und einer Ostpreußin. 1972 wurde ihr Sohn Oliver Marlon geboren. Alkoholkrankheit Die Öffentlichkeit nahm an Junkes Alkoholkrankheit, insbesondere durch die Berichterstattung in der Boulevardpresse, regen Anteil. Sein Alkoholkonsum wurde 1959 erstmals öffentlich bekannt. Junke war seinerzeit wegen Trunkenheit am Steuer, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Körperverletzung und Beleidigung zu sieben Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt worden. Nach vier Monaten wurde er wegen guter Führung entlassen und verzichtete fortan auf einen Führerschein. Es kam seither immer wieder zu schweren Alkoholabstürzen, die häufig auch in Phasen großer Erfolge einsetzten, zu Regressforderungen seiner Arbeitgeber führten und die Engagements des Mannes für alle Fälle, zu dem er sich selbst stilisierte, gefährdeten oder beendeten. Im Jahr 1981 verlor Junke seine Fernsehshow Musik ist Trumpf, da das ZDF der Ansicht war, dass es sich nicht mehr auf ihn verlassen könne. In den 1980er Jahren gewann ihn die Molkerei Müller als Werbeträger u. a. für Buttermilch und Käfer und spielte gezielt auf den Konsum alkoholfreier Getränke als Alternative für ihn an. Im Januar 1996 verpasste er einer Reporterin des Senders RTL, die mit ihrem Fernsehteam vor seinem Haus wartete, am Gartenzaun eine Ohrfeige. Anfang Februar 1997 hielt er sich in Begleitung des Sohnes Oliver im Mondrian Hotel in Los Angeles auf, von wo Junke zu Dreharbeiten für die ARD-Serie Klinik unter Palmen weiterreisen wollte. In betrunkenem Zustand schlug er zunächst eine in der Lobby anwesende Touristin aus Florida und dann seinen Sohn. Es wurde ihm vorgeworfen, einen schwarzen Wachmann, der Junke zu seinem Zimmer geleitet hatte, einen »dreckigen Nigger« genannt und gesagt zu haben, dass dieser unter Adolf Hitler vergast worden wäre. Der Vorfall und die Beleidigung führten zu internationalem Aufsehen und wurden von deutschen Politikern wie den Bundestagsabgeordneten Cornelie Sonntag-Wolgast und Johannes Gerster verurteilt. Bei den Boulevardzeitungen gingen teilweise auch Anrufe und Leserbriefe ein, die die Äußerungen Junkes begrüßten. 1998 wurde seine Autobiografie, die er mit dem Journalisten Harald Wieser verfasst hatte, unter dem Titel »Meine sieben Leben« vom Rowold Verlag veröffentlicht. Bei einem Konzert am 11. Oktober 1999 im Berliner Friedrichstadtpalast kehrte Junke nach der Pause zunächst für eine halbe Stunde nicht auf die Bühne zurück. Stattdessen trat als Gast die afroamerikanische Jazzsängerin Jocelyn B. Smith auf, die zunächst vereinzelt, schließlich von rund 100 der 2000 Zuschauer ausgepfiffen wurde. Junke betrat zunächst noch für ein Duett mit Smith die Bühne, brach das Konzert dann ab und warf dem Publikum Rassismus vor. Junke und Smith wiederholten das Konzert einen Monat später an gleicher Stelle ohne Störungen. Seinen letzten Rückfall hatte Junke im Jahr 2000 Er wurde in einem Hotel in Baden bei Wien aufgefunden, wo er sich zu Dreharbeiten aufhielt, die er nicht mehr beenden konnte. Bei ihm wurde das Korsakoff-Syndrom diagnostiziert. Sein langjähriger Manager Peter Wolf erklärte am 11. Dezember 2001 auf einer Pressekonferenz, dass Junke nie wieder als Schauspieler würde arbeiten können und seine Rückkehr auf die Bühne ausgeschlossen sei. Junke lebte fortan in einem Pflegeheim in Fredersdorf-Vogelsdorf in der Nähe von Berlin. Tod und Beerdigung Ende Februar 2005 wurde Junke mit akutem Flüssigkeitsverlust in das Krankenhaus Rüdersdorf bei Berlin eingeliefert und musste danach künstlich ernährt werden. Am 1. April 2005 starb der Schauspieler im Alter von 75 Jahren an den Folgen seiner Krankheit. Am 9. April 2005 fand in der Berliner Gedächtniskirche eine Trauerfeier mit 800 Anwesenden und Trauerreden des Regierenden Bürgermeisters Klaus Wovereit und des Fernsehmoderators Thomas Gottschalk statt. Auf seinem letzten Weg erhielt Junke vor der Gedächtniskirche einen letzten Applaus von mehr als 1000 Menschen. Die dortige Gedenkfeier wurde vom Fernsehsender NTV Live übertragen. Die anschließende Beisetzung auf dem städtischen Waldfriedhof Dahlem fand im engsten Familienkreis statt. Die Grabstätte gehört zu den Ehrengräbern des Landes Berlin. Auf der Rückseite der Grabstelle findet sich nachfolgender Text von Max Reinhardt. Der wahre Schauspieler ist von der unbändigen Lust getrieben, sich unaufhörlich in andere Menschen zu verwandeln um in den anderen am Ende sich selbst zu entdecken. Gedenken zu Ehrenjunkes wurde am 25. Oktober 2005 im Berliner Ortsteil Gesundbrunnen in der Vorderner Straße ein Gedenkstein enthüllt, der ein Relief des Schauspielers zeigt. Dieser Gedenkstein wurde von der rheinlandpfälzischen Bildhauerin Eike Stielow entworfen. Nachdem die Gestaltung des Gedenksteins in der Öffentlichkeit überwiegend auf Ablehnung stieß, wurde er von Joachim Brunken, einem Jugendfreund Junkes, verändert. Ende März 2007 wurde eine neue Variante des Denkmales wiederum durch Brunken in den Medien präsentiert. Dafür mussten 70.000 Euro aufgebracht werden. Am 10. Juni 2014 wurde an seinem ehemaligen Wohnsitz Berlin-Grunewald, Lassenstraße 1, eine Berliner Gedenktafel angebracht. Eine Verfilmung über Junkes Leben sollte bis zum Termin seines 90. Geburtstags 2019 realisiert werden. Sie wurde jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben. Auszeichnungen 1970, Bambi des Zeitschriftenverlags Burda 1978, Goldener Vorhang des Theaterclubs Berlin 1980, Goldene Ehrenmütze der großen Brühler KG Fidele Bröhler 1981, Goldene Kamera in der Kategorie Schauspieler 1990, Goldene Europa-Ehrung als Entertainer der 1980er und 1990er Jahre 1990, Bambi 1991, Filmband in Gold, Kategorie Darstellerische Leistungen in die Hallosisters 1992, Bambi 1993. Ernst Lubitsch Preis für die Rolle des Ressortleiters Kummer im Film Stonk. 1993, Bayerischer Fernsehpreis für die Rolle des Stricker im Film der Papagei 1993, Karl Valentin Orden 1993, Romy, Ehrung der beliebtesten Fernsehstars des Jahres 1995, Berliner Bär für sein Gesamtwerk 1996, Goldene Kamera in der Kategorie Schauspieler 1997, Telestar 96 für sein Lebenswerk 1998, Goldener Löwe 2000, Goldene Kamera in der Kategorie Ehrenpreis Berlin. videre